Musik Meine Damen und Herren, es ist gute Tradition, dass die grüne Landtagsfraktion abwechselnd in allen Bezirken Bayerns stattfindet, die Klausur stattfinden lässt. Es ist sicher auch für einen Schwaben oder eine Unterfränkin, aber noch mehr für die Oberbayern interessant, auch mal in die Oberpfalz zu kommen. Amberg ist die frühere Hauptstadt der Oberpfalz und bietet sich für eine solche Zusammenkunft gut an, weil grüne Politik hier auch sehr stark verankert ist. Auch die Themen, die wir bis Freitag diskutieren werden, haben einen deutlichen Bezug zur Oberpfalz. Grüße Gott, meine Damen und Herren, Sie sehen uns hier in guter Stimmung. Das heißt, wir gehen gestärkt und tatsächlich in sehr guter Stimmung ans Werk, an die kommende Arbeit. Warum ist das so? Das wissen Sie, aber wir betonen es trotzdem noch einmal gerne. 2011 war das bislang mit Abstand erfolgreichste Jahr für die Grünen in unserer Geschichte. Wir haben bei allen Wahlen, die stattgefunden haben, und es waren noch nicht wenige, zugelegt, meistens sogar sehr, sehr deutlich zugelegt. Wir Grüne sind es zum ersten Mal in allen 16 Landesparlamenten noch, oder mindestens genauso interessant ist die Tatsache, dass es 70 Mandate mehr geworden sind durch die letzten Wahlen. Also ein immenser Aufschwung, der uns selbstverständlich freut und der uns auch beflügelt. Herzlich Willkommen hier in Amberg. Es ist klar, unser erklärtes Ziel ist der Politikwechsel in Bayern. Und die Chancen, das 2013 zu erreichen, sind so groß wie noch nie. Ein Politikwechsel in Bayern geht nicht mit der CSU. Die CSU hat gezeigt, dass sie immer noch zum Großteil die Politik der vergangenen Strukturen betreibt, dass sie nur höchst widerwillig sich aufmacht zu neuen Ufern, dass sie nur unter öffentlichem Druck tatsächlich ihre Positionen ändert und nicht aus Einsicht, dass sie immer noch verfilzt ist in Bayern. Und deswegen sagen wir, wir brauchen ein Programm für einen neuen demokratischen Aufbruch in Bayern. Wir brauchen ein Programm für eine Entfilzung in Bayern. Und das geht nur, wenn die CSU in die Opposition geschickt wird. Und wir in einem Bündnis, Grüne, SPD und Freie Wähler, tatsächlich diese Chance ergreifen. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht mehr bereit, irgendwelche Basta-Entscheidungen hinzunehmen, irgendwelche Verordnungen von oben hinzunehmen, sondern sie wollen gehört werden. Sie wollen beteiligt werden, sie wollen mitwirken, sie wollen ihre Kompetenz, ihre Position einbringen. Und wir halten das nicht nur für gerechtfertigt, sondern wir halten es auch für einen Vorteil. Weil ich glaube, es gibt keine größere Bereicherung für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie, wenn die Menschen die Entwicklungen zu ihren eigenen machen, die politischen Themen zu ihren eigenen machen und sich mit ihrer Zeit und mit ihrer Kompetenz da auch einbringen. Und wir sagen auch, mehr und bessere Bürgerbeteiligung ist eine Frischzellenkur für unsere Demokratie und ist auch ein starkes Gegengift gegen die grassierende Politikverdrossenheit.